Innovation hat einen Namen, Samhammer AG in Weiden. Hier werden internationale Produkte und Dienstleistungen für Weltkonzerne entwickelt und umgesetzt. In den drei Unternehmensbereichen Logistik, Callcenter und E-Business beschäftigt die Samhammer AG mehr als 300 Mitarbeiter. Die fachlich kompetente Kundenberatung für die Automobilbranche, Maschinenbauer oder Haushaltsgerätehersteller steht im Blickpunkt des Geschehens. Das Callcenter der Samhammer AG ist für ihre Kunden da, 24 Stunden rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Und wenn es mal stressig wird, sorgen die Wohlfühlarbeitsplätze nach Feng Shui für ein angenehmes Arbeitsklima. Internationalität? Kein Problem. 41 Mitarbeiter beraten Kunden in 14 Sprachen. Hallo, hier ist Supply On. Ich habe mich gefragt, ob ich etwas Hilfe benötige? Im E-Business-Bereich der Samhammer AG steht die Entwicklung von Service-CRM-Software-Produkten im SAP-Umfeld und Individuallösungen im Vordergrund. Hierbei baut die Samhammer AG auf modernste Softwarearchitektur, Branchenkompetenz und seine Erfahrungen im internationalen Projektmanagement. In einem modernen, leistungsstarken Rechenzentrum werden diese Anwendungen gehostet und stehen den Kunden garantiert 24 Stunden zur Verfügung. Was liegt näher, als die Aufträge durch das eigene Callcenter und aus Internetbestellungen in der eigenen Logistik gleich zu verpacken? Täglich werden so bis zu 15.000 Produkte, wie zum Beispiel Ersatzteile, Werbemittel oder Broschüren verpackt, fakturiert und versendet. In einem modernen Hochregallager stehen 1.800 Palettenplätze zur Verfügung, wenn es mal nicht taggleich versendet wird. Die Samhammer AG ist einer der führenden Outsource-Dienstleister in Europa. Zahlreiche Qualitäts- und Innovationspreise spiegeln diese Leistungen wider. Untertitelung des ZDF für funk, 2017